Tun Sie mich auch. Sie nur entdecken die Zeichen der Liebe am Weg unseres Lebens. Das ist die dreifache Wachsamkeit, zu der die Fastenzeit uns einlädt. Unsere Sehnsüchte und Abhängigkeiten durchschauen und abbauen. Anderen mit Verständnis, mit Dankbarkeit und Vertrauen entgegenkommen. Und die Zeichen der Liebe und Sorge wahrnehmen, die unser Leben begleiten. Sie sind Vorboten einer Erfüllung des Lebens, auf die wir nur warten können. Die wir aber mit Vertrauen erwarten dürfen. Denn am Ende der Fastenzeit steht das Osterfest. Die Verheißung neuen, erfüllten Lebens. Omar Sharif, Richard Harris und David Hemmings spielen die Hauptrollen in dem englischen Thriller 18 Stunden bis zur Ewigkeit, den wir Ihnen nun verehrte Zuschauer zeigen. In einem atemberaubenden Wettlauf mit der Zeit versucht ein Spezialistenteam eine Reihe von Zeitbomben zu entschärfen, die ein Erpresser auf einem Passagierschiff installiert hat. Dieser wegen seiner Spannung vielgerühmte Film wurde 1974 von Richard Lester gedreht.